So, da sind wir wieder zurück bei GTA San Andreas. Und ich würde sagen, ich mache mal eine kleine Hausführung. Hier ist ein Kleiderschrank oder ein Schlafzimmer oder sowas. Ah, okay. Der hat anscheinend nur das zum Anziehen im Moment. Okay, da geht man wieder raus. Oh, eine Katze. Eine Kamera? Der läuft jetzt mit einer Kamera rum. Da haben wir auch mal ein Bild von uns selbst. Alter, geh doch mal da raus. Nein, raus da. Gut, die Kamera ist wieder weg. Hä? Sag mal, was mache ich da? Ah, gut, ich bin richtig. Hier oben ist schon mal nichts mehr. Dann würde ich sagen, gehen wir mal raus. Eine Spielekonsole hat er auch. Oh, ne, ich sollte vielleicht mal schlafen. Geht das irgendwie? Das ging doch irgendwie. Na? Ähm. Hoppala. Wie geht man nochmal ans Handy? Alter, geh doch da raus. Wieso hast du jetzt die Kamera in der Hand? Alter, jetzt... Oh, meine Güte, geh doch mal da raus. Wenn ich wüsste... Wie der ans Handy geht, dann wäre ich schlauer. Alter, Steuerung. Wie macht man das jetzt? Nein, das war zu... Äh, Aktion. Aktion. Ähm. Hallo. Ich dachte, ich hab ein bisschen was. Ah, so geht das, was ich. Hey, wassup? Since you've been away, shit has changed around here. Grove Street families ain't big no more. Seville Boulevard families and Temple Drive families are beefing and split with the Grove. Now we're so busy, set-tripping, ballers and vargoles have taken over. So watch yourself out there. Yeah, I hear you. Thanks for the heads up. Don't mention it. Okay, wir sollen zum Kumpel rüber. Jetzt pack doch mal das Ding da weg. Wie packt man jetzt die Kamera weg? Alter, meine Güte, Steuerung. Ähm. Ähm. Enter? Nee, Enter ist es nicht. Ah, auf Q, okay. Ah, auf Q wechselt man. Die an... Ah, okay. Rüber zum Kumpel. Hey, man, what you want? Seeing my homie. What's up with you? Yeah, homies. Yeah, yeah, it's good to see you back. No homie love? No hub? Oh, for sure, for sure, my nigga. My bad. What's cracking with you? Hey, man, what you strapped for? Man, some pizza place keeps painting over our hit-up, man. Shit is beautiful. T-stone a lesson. Fucking Grove Street. You damn? I'm always damn. Let's go, bitch. Hey, show me how they drive on the East Coast, homie. Ihr müsst mir sagen, wenn's ein bisschen zu leise ist, dann... ...stelle ich das Ganze lauter ein. Zum Glück hat mir schon ein paar Stunden. The way I left that old food in my head... Yeah, I think I get cut up. ...what ever. You got five minutes? I'll be cutting you like a DJ. So when you run and off again? I'm not. I'm thinking of staying. Why? My family, the homies is here. We're always here, fool. Yeah, but now I'm back and I know what I'm missing. Don't expect me to kiss your ass or nothing. Okay, good. Geh wir mal zum Friseur. Wie viel haben wir denn? 50? Sit down, CJ. Ähm... ...what are you after car? um und erster Alonso als er die Jahre ein er ist am Ende 50 Köln und CJ TGC ja ich brauche Geld so er hat zu Jochen ich dachte das geht so finde ich jetzt ein bisschen komisch ja okay lassen wir erstmal so wir können uns sonst nichts leisten okay dann passt so dann verlassen wir den Laden tschüss oder warte mal okay sieht gut aus ich gehe wieder wow jetzt haben wir einen Schnurrbart um einen Akku Zeitgat 5 sich die mit 15 Prozent und zu lieben ist Kruise die da musste so gut und ist Prozent auch Klinik die Künstliche und die Sommel und die Stift Okay, holen wir uns was zum Knabbern. Wenn du nicht isst, verlierst du Gewicht und irgendwann auch Energie. Der rote Balken zeigt an. Essen gibt dir Energie, aber wenn du zu viel isst, wirst du dick. Okay. Dann essen wir natürlich nicht zu viel. Sondern nur Inmaßen. Ich kann mir doch gar nichts leisten. Ich hab doch null Geld. Ähm, nein. Oh, doch, das nehme ich. Die Weichei-Portion muss ich leider nehmen. Hä? Ja, ich nehm's. Hä? Salat kostet hier also mehr als ne... Ich kann irgendwie... ...mir nichts kaufen. Ich brauch Geld. Du holst mich da nicht wieder raus. Ich mach mal eben ein bisschen Geld. Naja, das macht jetzt nicht wirklich Geld. Ich hab vielleicht mal ein Motorlad. Die sagen ja gar nichts, wenn man die anfährt. Ähm. Okay, ich lauf einfach mal zurück. Ist doch egal jetzt. Ah, Mist. Nur zwei... ...Dollar kann das sein? Zwei Dollar nur? Wieso können wir uns das dann nicht kaufen? Ah, ich glaub, ich weiß, wo das liegt. Ich kann's beheben. Das ist noch nicht ganz so ausgeklügelt mit, ähm... ...Joystick, beziehungsweise mit Controller und Tastatur. Das heißt, ich muss wahrscheinlich wieder Leertaste drücken, damit es funktioniert. Äh. Ah, ja, das Zinka hat ein paar kleine Anfangsfehler. Das kann man mir hoffentlich verzeihen. Okay. Oh, was macht denn der jetzt? Uh-oh. 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 Oh, shit, run! Hä? Das Pizza-Pailer ist no push-over. Die, ergeb' ich. Nein! Nein! Nein, nein, Mist. Ah. Da hätte man jetzt eine Schrotflinte abgreifen können. Ja, es war ein Versuch wert. Ich glaub, ich muss zum R. Ja, ich hab's auch mal probiert, ne? Ob's funktioniert. Wenn man's richtig anstellt, funktioniert's auch. Amhergrie contrary. Hey, mein Foe. Team, du wütalkbar ist. Danke. Also, du witzige Klänge. Mach's nicht zum Ender oder zum R? Ich denk mal, zum R. Dann fahr ich mal dahinten durch, ist schneller, denk ich immer. Wie weit ist das weg? Okay. Ah, das ist unser Haus. Jetzt müssen wir das nochmal machen. Ja, okay, steig ich halt ein. Ohwala, falsche Taste. Jetzt hauen wir aber wirklich ab und versuchen nicht erst die Schuld zu kriegen, weil die kriegen wir sowieso nicht. Und in dem Sinne kann ich das auch überquatschen, weil... Ohwala. Okay, okay, danke, danke. Okay, danke, danke. Um... Ähm... Nein! Alter, nein! Oh, wieso hat er den Bart wieder abgemacht? Er hatte schon einen und ich mache ihn ab. Oh, Mensch. Ja, sowas wird uns wahrscheinlich noch öfters... Shit. I told you he was... Shit. You know where you at, fool! Oh, ich hab dir gehauen. Mist. Gut, ich hol mir mal ne Pizza. Dann überspringe ich die Szene und hau gleich ab. Everything's well stacked, sir. Mhm. Hier. Hier. Überspringe ich... Nicht. Mist. Na komm schon. Doch geht. This pizza pile is no push over. Toll, da schießt das Auto ab. Nicht so schlimm. Alles klar, man müsst ihr jetzt hier... Ich schieb die jetzt einfach beiseite. Komm, egal. Ist nicht mein Auto. Alter. Wie stand der denn, Alter? Ich muss anscheinend doch hier hinten rum. Ich dachte, ich kann irgendeine Abkürzung nehmen, aber leider... War mir das vergönnt. Äh, unvergönnt. Alter, warum driften die so scheiße? Das ist es nicht so was, was ich so schätze, das so driften. Das könnte eigentlich auch ganz nur... Ganz normal gemacht werden, wenn's nach mir hingeht. Ich hab euch schon nicht schlecht gemacht, dann muss man nicht mehr gerne wegen sowas. Okay, da steht immer gut. Und... Better drop by and see sweet. He's been yapping on about the graffiti too. Later homie. Yay, Respekt plus. Sehr schön. Gehen wir gleich mal wieder speichern. Ah, da hinten gibt's mir eine Aufgabe für uns. Und rein da. Ich nehm einfach immer das Erste. Ist einfacher. So, und dann schauen wir mal, was das jetzt Schönes gibt. Hab ich überhaupt die Zeit laufen? Ja.